Wenn man das im Vollbild sehen möchte, kann man hier auf den Panel-Modus wechseln, sagt speichern und hat hier die Wetterwarnungen im Vollbild im Home Assistant integriert. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar denke ich mal, die meisten von euch haben schon eine gewisse Art von Wetterinformationen in ihr Home Assistant integriert, sei es übereigene Wettersensoren oder eine Wettervorhersage, die aktuelle Außentemperatur oder oder oder. Heute möchte ich mir mit euch zusammen aber einmal ansehen, wie man auch Wetterwarnungen in Home Assistant integrieren kann. Die Daten zu den Wetterwarnungen beziehen wir vom Deutschen Wetterdienst. Ich denke, der ist den meisten von euch eh bekannt. Was wir jetzt dafür tun müssen, um diese Daten in Home Assistant zu integrieren und sie uns anzuzeigen, das schauen wir uns heute in diesem Video einmal näher an. Wenn euch meine Videos zu Home Assistant und Co. gefallen, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Ansonsten habt ihr natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, meine Arbeit hier zu unterstützen, zum Beispiel durch die Verwendung meiner Affiliate-Links. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr also was bei Amazon oder Ebay bestellen möchtet, klickt doch vorher eben einmal kurz auf einen dieser Affiliate-Links. Ich bekäme dann eine kleine Provision für eure Bestellung. Ihr zahlt natürlich weiterhin das Gleiche, kostet euch also nicht mehr. Ihr würdet mich aber damit riesig unterstützen. Und falls ihr mich kontinuierlich unterstützen möchtet, dann habt ihr natürlich auch dafür die Möglichkeit. Und zwar könnt ihr jetzt auch hier unten neben dem Abonnieren-Button auf Mitgliedschaft klicken und Mitglied dieses Kanals werden. Was das genau heißt, erkläre ich da auch nochmal in einem kurzen Video. Schaut es euch gerne mal an. Vielleicht ist was für euch dabei. Würde mich freuen. Würde mich riesig unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Ja, hier seht ihr jetzt die Homepage des Deutschen Wetterdienstes, genauer gesagt den Bereich Warnungen. Hier haben wir also die Möglichkeit, uns einen Überblick über Unwetterwarnungen zu verschaffen. Wir können hier zum Beispiel auch nach unserer Stadt suchen, bekommen dann direkt den Standort auf der Karte angezeigt und sehen jetzt hier unten auch keine Warnung. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal Paderborn auswählen, was sich hier oben in der Ecke befindet, dann sehen wir hier vorab Information Unwetter vor schwerem Gewitter. Ja, und wie man diese Informationen jetzt in Home Assistant direkt automatisch integrieren kann, das schauen wir uns jetzt einmal Schritt für Schritt an. Für den Deutschen Wetterdienst gibt es von Home Assistant eine fertige Integration. Und zwar müssen wir dafür einfach einen neuen Sensor in unserer Konfiguration anlegen, und zwar Plattform dwd-weather-warnings und dann dem Ganzen noch einen Regionsnamen mitteilen. Hier unten sehen wir noch den Hinweis, dass der Regionsname entweder die Zellen-ID, also eine Zahl sein kann, oder eben der Zellenname als Text. Empfohlen wird hier aber die Verwendung der Zellen-ID, da der Name nicht zwingend eindeutig sein muss. Also halten wir uns auch da dran und wir verwenden die One-Cell-ID. Und wie wir die ermitteln, das schauen wir uns jetzt als erstes einmal an. Und zwar finden wir hier in der Integrationsdokumentation einen Link. Den klicke ich jetzt einfach mal an. Wir werden weitergeleitet auf die Homepage vom Deutschen Wetterdienst. Und hier bieten diese uns einen Download einer CSV-Datei an. Diese laden wir einmal herunter, öffnen sie. Und dann sehen wir jetzt hier eine Liste von Einträgen. Und zwar immer hier vorne die One-Cell-ID. Und dahinter mit dem Stadtnamen, einer Kennung, dem Kurznamen und nochmal einer Kennung. Das heißt, in dieser Datei können wir jetzt einfach mal nach unserem Ortsnamen suchen. In meinem Fall wäre das ja Wermelskirchen. Und davon kopiere ich mir jetzt mal hier diese ID. Denn das ist unsere One-Cell-ID, die wir für die Integration gleich benötigen. Und jetzt müssen wir im Home Assistant diesen Sensor anlegen. Also wechsle ich jetzt hier mal in mein Home Assistant, gehe da mal in den File Editor und öffne jetzt hier einmal die Datei Sensors.yaml. So, und hier legen wir jetzt einen neuen Eintrag an. Und zwar Plattform, Doppelpunkt, DVD-Weather-Warnings. Dann können wir dem Sensor noch einen Namen geben. Ich nenne ihn jetzt mal Wetterwarnung, Wermelskirchen. So, und jetzt müssen wir hier noch den Region Name angeben. Und hier können wir jetzt unsere Cell-ID einfügen, die wir uns eben kopiert haben. Und damit ist unser Wetterwarnung-Sensor eigentlich schon fertig. Wir klicken hier mal auf Speichern. Und dann starten wir unser Home Assistant einmal neu, damit dieser Eintrag auch aktiviert wird. Dafür gehen wir auf Einstellungen, Serversteuerung, prüfen die Konfiguration. Konfiguration ist in Ordnung, also neu starten. So, Home Assistant wurde neu gestartet. Und ich würde sagen, wir wechseln direkt mal in die Entwicklerwerkzeuge und suchen hier mal unsere beiden Sensoren. Hier sehen wir sie auch schon, Advanced und Current. Ich würde sagen, wir schauen erstmal in Current. Und da sehen wir, der Warning Count ist 0, also ist auch der Zustand 0. Denn, wie wir eben schon gesehen haben, bei uns ist gerade leider keine Wetterwarnung aktiv. Naja, was heißt leider? Aber fürs Video ist das etwas unpraktisch. Also würde ich sagen, wir schauen nochmal auf der Karte, wo denn gerade Warnungen aktiv sind. Und das hier sieht doch gut aus. In Kassel gibt es gerade zwei Warnungen. Also suchen wir doch hier einmal Kassel. Kopieren uns nochmal die Sensor-ID. Und legen hier mal schnell noch einen Sensor für Kassel an. Wir starten Home Assistant noch einmal neu. So, und jetzt schauen wir nochmal in die Entwicklerwerkzeuge. Suchen hier jetzt nochmal nach Wetter und wählen einfach mal den Sensor für Kassel. Und hier seht ihr, wie die Daten von so einem Sensor aussehen, wenn auch Wetterwarnungen vorliegen. Der Zustand zeigt euch das aktuelle Warnungslevel. Und zwar ist dieses aktuell im Zustand 3. Das sehen wir auch hier unten. Warning 1, Level 3. Und Warning Count ist 1. Ich habe also scheinbar nicht hundertprozentig die Regions-ID getroffen, die wir gerade auf der Karte gesehen haben. Aber für unseren Test soll uns das jetzt reichen. Wir haben hier jetzt eine Warnung in unserem Sensor. Wie ihr seht, es stehen hier auch ausführliche Beschreibungen zu dem eigentlichen Problem, vor dem gewarnt wird. Inklusive diverser Angaben zum Wetter, wie Windgeschwindigkeit oder Niederschlagsmenge. So, und diese Daten gilt es jetzt in unsere Übersicht zu verpacken. Wie ihr schon richtig seht, der Zustand bringt uns jetzt erstmal nicht so viel weiter, denn uns geht es ja in erster Linie darum, dass wir auch wirklich wissen, was für eine Warnung liegt gerade vor. So, und das heißt, wir möchten hier die Texte aus diesen Attributen in der Oberfläche sehen. Und dazu habe ich ein sehr schönes Markdown gefunden im Netz. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo ich das her habe, sonst hätte ich es verlinkt. An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank an denjenigen, der es geschrieben hat und veröffentlicht hat. Gehen wir also einfach mal in die Übersicht auf den Reiter Test. Und sagen jetzt hier oben mal Benutzeroberfläche konfigurieren. Und wir sagen jetzt hier Karte hinzufügen. So, und als erstes wähle ich jetzt einmal bedingte Elemente und als Bedingung suche ich jetzt mal Wetterwarnung Kassel Current und sage hier Zustand ist nicht gleich 0. Denn wenn der Zustand 0 ist, haben wir keine Warnung, dann möchten wir die Karte auch gar nicht sehen. In unserem Fall, hier sehen wir es auch, Zustand aktuell ist 3, also wird uns die Karte dann auch angezeigt. So, als nächstes wähle ich jetzt hier einmal den horizontalen Stapel aus und in den horizontalen Stapel lege ich ein Markdown. Das Markdown machen wir leer und schreiben hier drüber einmal Wetterwarnung. Dann fügen wir hier beim Inhalt noch das besagte Markdown ein und damit sind wir eigentlich schon fertig. Das Markdown könnt ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung herunterladen und einfach bei euch einbinden. Das Einzige, was ihr anpassen müsst, sind hier die ganzen Sensornamen. Die müsst ihr natürlich an eure Sensornamen, also an eure Entity IDs anpassen. Hier werden zuerst ein paar Farben definiert, dann in Current Count sich die Anzahl der vorhandenen Warnungen in dem Current Sensor gemerkt, in Advanced Count die Anzahl des Advanced Sensors. Ja und dann wird halt geschaut, haben wir überhaupt eine Warnung? Wenn nicht, dann gibt er aus keine Warnung. Heißt, diesen Block, den sehen wir in unserem Fall gar nicht, denn wir haben ja hier bedingte Elemente und bei Count 0, da zeigen wir die Karte ja gar nicht an. Aber ansonsten geht er hier alle Warnungen der Reihe nach durch, listet uns die also alle einzeln auf und gibt hier von Überschrift über die Beschreibung, über das Warnungslevel, Start- und Endzeitpunkt, alle Informationen, die uns hier interessieren, detailliert aus. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich klicke mal hier auf Speichern. So, und hier könnt ihr jetzt ein Beispiel dafür sehen, wie der Sensor uns die Wetterwarnungen anzeigt. Dadurch, dass es sich um ein Warnungslevel 3 handelt, seht ihr hier Vorabinformation, Unwetter mit schwerem Gewitter. Dann sagt er uns hier, Mittwoch 10 bis Mittwoch 22 Uhr ist der Zeitraum. Und darunter stehen auch nochmal alle Details zu dem erwarteten Unwetter. So, jetzt dupliziere ich einmal hier diese Karte und jetzt ändern wir hier mal den Sensor auf Wärmelskirchen. Und da sehen wir, Zustand ist aktuell 0 und wir lassen auch die Bedingung Zustand ist nicht gleich 0. Die Karte tausche ich jetzt einfach mal gar nicht erst aus. Ich wollte euch nur mal eben zeigen, wir haben jetzt hier zwei Karten. Einmal die für den Sensor Kassel und einmal für den Sensor Wärmelskirchen. Kassel hat Zustand aktuell 3, Wärmelskirchen hat den Zustand 0. Und wenn ich jetzt den Bearbeiten-Modus verlasse, dann sehen wir nur noch eine Karte und das ist die, wo wir den Sensor für Kassel abfragen. Damit wollte ich euch nur nochmal eben kurz zeigen, wie die Bedingungskarte sich verhält. Und da bei diesem Sensor eben keine Warnung vorliegt, wird uns diese Karte somit auch gar nicht erst angezeigt. Wir können nochmal kurz in die Entwicklerwerkzeuge wechseln, wählen mal hier den Sensor Wärmelskirchen Advanced, sagen jetzt hier einfach mal Zustand soll 2 sein, den setze ich jetzt einfach mal. Und wenn wir jetzt nochmal in die Übersicht auf den Testreiter gehen, dann sehen wir jetzt hier auch beide Karten, denn ich habe hier diesen Sensor jetzt größer 0 gesetzt, also werden uns beide Karten angezeigt. Die Karte löschen wir mal wieder raus, das war ja nur ein Beispiel. Aber der Deutsche Wetterdienst liefert uns noch mehr als nur die Sensoren in Textform, denn es gibt hier ebenfalls die Möglichkeit, diese Karten Grafiken abzurufen. Diese Grafiken werden regelmäßig aktualisiert und die gibt es eben für unterschiedliche Arten an Daten. Hier seht ihr alle verfügbaren URLs, den Link zu dieser Seite findet ihr auch wie immer bei mir unten in der Videobeschreibung. Mir geht es jetzt erstmal um die Gebietszusammenfassung mit Legende. Ich befinde mich in Nordrhein-Westfalen, also wähle ich diese URL hier aus, die kopiere ich mir mal, wechsle wieder in mein Home Assistant, verlasse mal den Bearbeiten-Modus und gehe in den File Editor. Wir befinden uns jetzt hier in der Configuration YAML und hier geben wir jetzt ein Kamera, Doppelpunkt, Plattform, Generic. So und jetzt müssen wir der neuen Kamera, die wir hier gerade anlegen, mitteilen, wo sie ihr Bild, welches angezeigt werden soll, herbekommt. Und das machen wir mit still-image-url, Doppelpunkt und dahinter fügen wir jetzt die URL ein, die wir gerade vom Deutschen Wetterdienst kopiert haben. Jetzt geben wir der Kamera noch einen Namen, nennen wir sie einfach mal Wetterwarnungen und sagen Speichern. So und mit diesem Eintrag sorgen wir dafür, dass Home Assistant diese URL regelmäßig abruft und uns als Kameraobjekt zur Verfügung stellt. Und dieses Kameraobjekt können wir dann in unserer Oberfläche einbinden, wodurch wir eine immer aktuelle Wetterkarte im Home Assistant haben. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt direkt an. Ich starte nochmal eben Home Assistant neu. Home Assistant ist neu gestartet, wir gehen also wieder in die Übersicht auf unseren Testreiter, wechseln nochmal in den Bearbeiten-Modus, wählen hier unsere Karte aus. Bedingungen können wir so lassen, wir gehen direkt auf unsere Karte, sehen hier unser Markdown. Hierbei handelt es sich ja um unser horizontales Layout und dem fügen wir jetzt noch eine weitere Karte hinzu. Und zwar möchten wir jetzt hier ein Bildgloss, die Überschrift kann weg, der Bildfahrt kann weg und als Kameraentität wählen wir jetzt die Wetterwarnungskamera aus. So und dann seht ihr auch schon, dass die Karte direkt neben unseren Warnungen angezeigt wird. Hier unten die Entitäten, die können wir ebenfalls einfach rausschmeißen und sagen Speichern. Jetzt ist das Ganze natürlich noch relativ klein. Wenn man das im Vollbild sehen möchte, kann man hier auf den Panel-Modus wechseln, sagt Speichern und hat hier die Wetterwarnungen im Vollbild im Home Assistant integriert. Wenn ihr das Ganze aber als normale Karte integrieren möchtet und euch der Panel-Modus aus irgendeinem Grund nicht gefällt, dann gibt es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ihr könnt anstatt des horizontalen Layouts natürlich auch das Vertikale nutzen. Dann sind die Karten nicht nebeneinander, sondern übereinander und die Reihenfolge könnt ihr hier natürlich auch beliebig verändern. Ja und so lässt sich diese Karte wunderbar in jedes Layout eures Home Assistant integrieren. Da sind eurer Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Alle verwendeten Codes findet ihr auch wie immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch einfach runterladen und ein bisschen damit rumspielen. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten, das Ganze hier aufzubereiten. Probiert es gerne einfach mal selber aus. Ja, soviel zum Thema Wetterwarnungen in Home Assistant. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr aber doch noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder schaut mal direkt bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, alternativ auch nochmal oben in der Infobox zu finden. Auf unserem Discord werden täglich viele interessante Themen rund ums Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und 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 diskutiert. Also, wenn ihr euch auch mal zu einem der Themen austauschen möchtet, schaut einfach mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch, abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!